Der ehemalige Tennisspieler Boris Becker hat Lilian de Cavallo-Montero geheiratet, jetzt sind die ersten Hochzeitsfotos veröffentlicht worden. Die Vogue Deutschland veröffentlichte kürzlich Aufnahmen der Hochzeit von Lilian de Cavallo-Montero und Boris Becker, die in Portofino, Italien, stattfand. Auf den Bildern ist de Cavallo-Montero in einem eleganten Büstierkleid mit Beinschlitz und langer Schleppe zu sehen. Boris Becker trägt einen cremefarbenen Anzug. Das Paar strahlt Hand in Hand in die Kamera. Lilian Beckers bester Freund entwarf ihr Brautkleid. Für die Vogue macht Lilian, die sich bisher stets im Hintergrund hielt und viel Wert auf Privatsphäre legt, zudem eine große Ausnahme. Sie gab dem Magazin ein ausführliches Interview. In diesem verrät sie auch, wer der Designer ihres wunderschönen Kleids ist, ihr bester Freund Andrea Ravielli. Lilian erzählt, schon damals, als wir Teenager waren und er in der Schule Kleider zeichnete, sagte ich ihm, eines Tages, wenn ich heirate, wirst du mein Kleid entwerfen. Also rief ich ihn an und sagte, wir heiraten, und wie versprochen, sollst du mein Kleid entwerfen. Er war natürlich begeistert und kennt mich, aber auch Boris, gut. Er ließ sich von René Margretes Gemälde die Liebenden von 1928 inspirieren, das Bild, auf dem zwei Menschen sich küssen, aber ihre Gesichter mit weißen Tüchern bedeckt sind. Er ließ sich von Herrn Dein Eier-Hebender inauch, er ließ uns, dass er ihre Gesichter ist, und er ließ sich von Herrn Dein Eier-Eier wie er beastelt. Er ließ sich von Herrn Dein Eier-Eier-Eier, wie ich weiß, wenn es die Einstattung darstellt, ist es eigentlich, wenn er nicht herrscht.